TÜV Oldenburg, 7 Uhr morgens. Die beiden Prüfer Heinz Pöhlmann und Reinhard Basen beginnen den Tag. Ihr erstes Fahrzeug zum Prüfen, ein besonderes Motorrad. Ein Boom-Trike. Habe ich zuerst mit sehr langen Zähnen angefasst, weil ich da eigentlich gar nichts mit anfangen konnte. Als Motorradfahrer habe ich die immer so leicht belächelt. Aber man sieht, der Chromglanz ist da. Die ersten Modelle hatten nicht so einen Bügel wie hier, so einen Stahlbügel. Sondern ein einfacher Trittretter hier. Da stellte man den Fuß drauf, ohne diese Schutzbügel. Und da konnte es durchaus passieren, dass man beim Huppel mal der Fuß rausgesprungen ist. Und wenn man so 80 oder 90 fährt, konnte das durchaus sein, dass man seinen eigenen Fuß überfährt. Dann ist dabei zu beachten, als Motorradfahrer, wenn man drauf sitzt, sind die mal eben eine ganze Ecke breiter als Motorräder. Und als Motorradfahrer denkt man da nicht immer dran. Ist mir jedenfalls passiert, da hätte ich beinahe mal so einen Mülleimer mitgenommen. Aber wenn man es weiß und sich daran gewöhnt hat, sind die schon schön. Ohne Frage. Mittlerweile habe ich sie sogar richtig lieb gewonnen. Motorräder müssen alle zwei Jahre zur technischen Überprüfung, auch Hauptuntersuchung genannt. Bremsgestecke haben wir hier. Handbremse, Licht. So, jetzt noch einmal schauen. Wir haben vorne eine Scheibenbremse. Aber ich muss einmal die Handbremse anziehen. Ich habe jetzt die Hinterachse festgebremst durch die Handbremse und ziehe jetzt mal ordentlich und belaste dadurch das Lenkkopflager, um zu gucken, ob es Spiel ist. Aber ist nichts, ist alles gut. Es sind Kegelrollenlager drin und wenn es halt Spiel hat oder kantet, dann gibt es eben harte Ecken und das ist nicht so gut. Und da hängt halt das Leben dran. Da ist das Lenkkratzschloss noch mit eingebaut. Einmal nach rechts lenken, ob man harte Stellen drin hat und nach links. Aber ist auch gut. So, da ist die Fußbremse. Man kann auch diese Bremse verstellen und da die Größe des Fahrers ein bisschen anpassen. Mit der Länge rauf und runter. So, einmal die Hinterachse. Bereifung, hatte ich vorhin schon mal drüber geguckt. Bremsscheiben sind gut. Blitzel blank. Räder, Radreifen, Kombination passt. Einmal noch die andere Seite. Nochmal grob gucken, ob irgendwas anderes angebaut ist. Ist aber nicht. Ein wichtiger Bestandteil der Hauptuntersuchung ist der Bremstest. Heinz Pöhlmann überprüft jede Achse einzeln. Ja, das nächste, was kommt, ist Bremsprobe. Dazu fahre ich einmal auf den Rollenbremsenprüfstand und kontrolliere dabei die Hinterachse. Und das zweite Mal mache ich nochmal eine Probefahrt mit dem Motorrad. Und bremst nochmal ordentlich und gucken, ob es die Spur verlässt. Aber eigentlich ist das nur noch die letzte Kontrolle und ein bisschen Spaß für mich. Da kann ich mich auch nochmal fahren mit dem Ding. Muss ich eh. Aber wer sagt, dass Arbeit keinen Spaß machen soll. Vielleicht ist noch zu beachten, dass man die Hacken hier nicht so unbedingt durchsteckt. So wie ich es gerade habe. Früher waren die Lücken noch etwas größer. Und wenn da mal ein Stein auf der Straße liegt oder ein Huckel, das ist schon kein Spaß. So, Bremse treten. Da sind wir. So, ganz normales Automatikgetriebe. Wie beim Auto auch. Mit Rückwärtsgang. Vorwärts. Und halt Sport. Da sitzt schon richtig Zucht drin. Man kann auch mit Tiptronic schalten. Habe ich noch nicht gemacht, habe ich auch noch nicht benutzt. Baue ich auch nicht. Mal schnell hupen. Nicht, kann ich nochmal im Blinker. Kann ich jetzt vorne in der, spiegelt sich vorne in der Scheibe. Dann spare ich mir immer den zweiten Mann. Ich fahre jetzt auf den Rollenbremsenprüfstand und bremse die beiden Hinterräder. Das mit dem Vorderrad haut nicht so gut hin auf der Rolle. Das mache ich gleich im Fahrversuch. In Deutschland sind rund 44.000 dreirädrige Kraftfahrzeuge angemeldet. Da zeigst du dir jetzt die Bremsfläche der Hinterachse an. Super. Ich fahre seit meinem 16. Lebensjahr Mofa. Motorrad, Mokik, alles Mögliche. Und ich mag die Dinge einfach. Früher konnte man mit Schnellfahren. Heute fährt jede Familie in Kutsche 200. Also ist da der Reiz ab. Und das bleiben die Kurven. Es macht schon Spaß. Motorräder berühren mich eher als Autos. Ich habe jetzt gerade nochmal auf den Schalter geguckt, ob das Licht an ist. Ich kontrolliere jetzt einmal das Licht. Aber zunächst mal muss ich mal den Helm abhaben. Ist doch ziemlich warm. In einem Gegenmonitor überprüft Heinz Pöhlmann die Lichteinstellung. Es müsste also auf der oberen Linie sein. Von uns hast du jetzt die erste Linie. Da müsste es abschließen. Das ist halt zu hoch. So, da ist es zu hoch. Auf der anderen Seite ist es auch zu hoch. Da ist es halt auch zu hoch. Und die Blendwirkung ist dann halt zu groß. Deswegen muss nachgestellt werden. Und er kriegt jetzt in diesem Moment keine Plakette. Also muss die Werkstatt nochmal einmal kurz nachbessern. Ich hebe jetzt mal eben die Motorklappe rauf. Jetzt müsste ich nochmal schnell einen Kollegen haben, der mir hilft. Reinhard, kommst du nochmal in? Da bin ich. Ja. Jetzt hängt er. Jetzt hängt er. Alles klar. So, jetzt nochmal einmal reingucken. Alles fest ist, ob irgendwas leckt. Jo, super. Hier hinten kann es zu. So, weil ich das Ding nicht auf die Bühne nehmen kann, muss ich mich da halt mal drunter legen. Ja, ich gucke nach, ob irgendwo was undicht ist. Auf die Auspauwanlage, ob alles fest ist. Alles gut. Ja, es geht so. Zack, fertig. So, Plakette kann ich leider nicht erteilen, weil das Licht zu hoch ist, wegen der Blendvirkung des Gegenverkehrs. Ich fahre jetzt das Motorrad nach draußen auf dem Parkplatz und da freue ich mich drauf. Ist schon schön. Falsch eingestelltes Licht ist einer der häufigsten Gründe für eine nicht erteilte Plakette. Ein Mangel, der sich schnell beheben lässt. So, als nächstes haben wir hier ein Feuerwehrfahrzeug, der hiesigen Feuerwehrschule in Loy, Daimler-Benz. Feuerwehrfahrzeuge sollten natürlich extrem zuverlässig sein. Stell dir vor, wir brauchen ihn, der muss in Einsatz und da kommt nichts. Martin-Song geht nicht, Motor springt nicht an, Blaulicht funktioniert nicht. Deswegen ist das schon was Besonderes. Das ist das schon was Besonderes.